Ja, hallo, mein Name ist Adrian Armel, der Niederlassung Buchlohe. Ich bin hier auf der Schnellfahrstrecke 4080, einer der Bauleiter der Niederlassung Buchlohe. Wir kümmern uns um den Abschnitt zwischen Veyingen und Stuttgart, beziehungsweise Greichtal, Veyingen, Stuttgart, hier an der Schnellfahrstrecke. Es ist faszinierend, wie viele Massen umgeschlagen werden. Es werden immer Zahlen, hunderttausende Schwellen, hunderttausende Tonnen Schotter und hunderttausende Meter Schienen verarbeitet. Mein Projekt, die 4080.